Heute wurde die Semkenfahrt im Bremer Blockland eröffnet und ich probiere jetzt einfach mal aus, was das Eis so hergibt. Wir werden es weiterhin Minusgrade bleiben, werden wir noch eine ganze Weile die Eisfläche nutzen können. Wir hoffen also auch übers Wochenende hinaus. Das Eis ist super, es lohnt sich hierher zu kommen, hoffen wir mal, dass das Eis noch ein paar Tage hält.